Halleluja, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder eine weitere Folge von Star Wars Maker. Was wäre, wenn? Ihr habt wieder richtig coole Ideen gehabt, was man da so bauen kann. Und heute haben wir eine Idee, wo Darth Vader sich auf die gute Seite, auf die helle Seite der Macht schlägt. Und schauen wir mal, wie das passiert. Bevor das Video startet, möchte ich ganz kurz meinen Partner Instant Gaming vorstellen. Denn da könnt ihr richtig sparen, denn da kriegt ihr günstiger Spiele, das Online-Abonnement und auch Guthaben für die Playstation, für die Xbox, für die Switch. Alles, was das Herz begehrt, gibt es dort. Deswegen checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung aus und damit unterstützt ihr mich auch und den Kanal. Außerdem gibt es jeden Monat dort ein Gewinnspiel. Dort könnt ihr was richtig geiles gewinnen, deswegen auch einfach mal, wie gesagt, den Link in der Videobeschreibung auschecken. Mitmachen lohnt sich. Nein, das ist alles falsch. Palpatine hat mich hinters Licht geführt. Ich, ich, ich. Komm nicht aus meiner Meditationskammer raus. Helfen Sie mir, bitte helfen Sie mir. Ah, ich habe es geschafft. Sie haben nichts gesehen, oder? Es ist auch egal, denn ich habe mich hier lieb. Ich werde nicht mehr der Dunkelseite dienen. Okay, jetzt soll ich noch ein bisschen mehr Spuren verwischen und... Dann wollen wir mal, ich muss zur Kommandobrücke. Ohohohoho! Yo! Stormtrooper! Fies doch! Oh mein Gott, er schießt wirklich! Was bist du für ein Kameradenschwein! Huch! Na, was bist du denn für einer? Yo! Jawoll! Die ganzen Leute werden hier weg! Der ist einfach so tot. Er stellt sich einfach tot. Oh mein Gott, was habe ich mit ihm gemacht? Guck mal! Ich kann hier denn mal umhauen, oder? Oh Mann, es funktioniert nicht nur mal. Oh ja, ich habe ihn wieder. Ne, ruhig! Nehm die Gefangenen. Das ist doch geil! Nehm die Gefangenen zurück! Oh, halt, ich mache einen Schluck. Was macht denn der Käpt'n da? Der Käpt'n hat sich hier ergeben. Der Käpt'n ergibt sich wirklich! Oh, jetzt habe ich Blaster mit Darth Vader! Darth Vader mit dem Mann Solo-Blaster! Das ist fantastisch! Aber warte mal! Käpt'n! Ihr führt mich jetzt sofort! Wo kommst du denn her? Oh mein Gott! Jetzt will ich doch weiter sein! Wenn ihr mich fühlt, dann passiert! Ich gebe durch! Nein, 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 nein! Also Käpt'n! Ich will mich jetzt sofort zum Lothal-System! Ich helfe euch hoch! Ich helfe euch! Ich... Fahrt soweit! Geht euch hoch! So! Lothal-System, auf geht's! So schließt sich der Kreis, mein alter Meister! Der macht gleich sofort die unbegrenzte Macht! Das wollen wir mal sehen, mein Freund! Oh mein Gott, der stößt wieder dauernd weg! Oh, das reicht nicht, um mich zu besiegen! Alter, wie agil ist der denn? Oh, der utensilt mich voll! Ich brauche ein bisschen Abstand! Komm mal, wir müssen den hier auf so einen Steg locken! Kommt nur her, mein Meister! Das ist... Oh mein Gott! Das habe ich von irgendwie wahrgelernt! Ich muss nicht einfach nur... Unterstoßen! Unterstoßen! Ich hab endlich gewonnen! Der Meister ist weg! Nun kann ich endlich alles gerade rücken! Das wäre jetzt aber richtig, ey! Die Hüttenstadt! Hier wird alles enden! Jo, der flext schon wieder! Was ist das denn für einer? Was hat Palpatine eigentlich für super Leute am Start? Ach ja! Direkt! Direkt ein richtig sauberer Cut hier! Schön! Na mein Freund? So! Palpatine hat wohl ein paar Wachen hier, aber... Es sind wohl doch so ein paar luschige Droiden-Boys oder sowas! Komm hier, ne? Ihr könnt ja nichts! Komm hier! Zack, 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 zack! Alter, wie verhalten wir den aus? Ja, oder doch nicht! Geil! Und du da unten? Oh mein Gott! Nein! Ah! Hilfe! Auf dem Weg zu sprengen! Jetzt wird gefinisht! Geil! So, der andere, den schnapp ich mir auch noch, ey! Hey! Ey, da ist ein paar agil geworden! Ey, mein Gott! Na, Palpatine! Jetzt reicht's hier aber mal! Aber ja, hier! Das ist so bitter, ey! Okay, den nächsten, um uns ohne die Macht! Meine Freunde, hallo! Na? Komm, passen wir das mal mit dem Blaster! Den einen haben wir weggeschossen! Okay, jetzt! Ich werde mal einfach verkloppen, mein Freund! Er schneidet! What? Hilfe! Was ist mit meinem Blaster los? Mein Gott, nein! Geh das wieder ab! Geh das wieder ab! Geh das wieder ab! Ich muss ein bisschen wegtanzen hier! Ich habe ja ganz wegtanzen! Okay, alles gut! Meine Güte! Endlich kann ich alles verhindern! Qui-Gons Tod und das ganze Leid, welches ihr über die Galaxis bringen werdet! Sterbt! Okay, dann wollen wir es eben so machen! Oh mein Gott! Ich bin im Clash! Cool! So, Darth Maul! Wir müssen auf jeden Fall Darth Maul als erstes besiegen! Come on! Ah nein! Es klappt einfach nicht! Gegen Zweifel ist echt schwierig, Leute! Können wir auch würgen? Es bringt nichts! Oh mein Gott! Huch! So, jetzt aber! Zack! Ah, verdammt! Das hat nicht geklappt! Alter, hör doch auf zu blitzen! Ich muss hier irgendwie separieren! Kommen Sie mit! Darth Maul! Ich muss Darth Maul irgendwie erwischen! Komm jetzt aber! Er ist alleine! Oh! Yes! Geil! Oh, warte mal! Das Lichtschwert! Ja! Wir können das Lichtschwert nehmen! Oh! Komm her! Alter! Als ob das... Jo! Wie agil ich auf einmal bin! Wie agil! Das hat Vader einfach kuriert! Er kann wieder alles! Oh! Ey, ich werde immer nur weggeschoben! Komm nur her! Jetzt ist der Darth Maul! Oh! Oh! Das passt so gar nicht zu Darth Vader! Das ist so gut! Hä? Wo kommt denn jetzt das grüne Lichtschwert her? Ich wurde anscheinend zum Jedi-Meister! Und damit, liebe Leute, hatten wir wieder eine tolle Folge von Star Wars Maker! Es passieren ja auf jeden Fall immer ganz verrückte Sachen! Schreibt doch gerne eure Ideen in die Kommentare! Und eventuell kommen die dann als nächstes dran! Von daher, vielen lieben Dank fürs dabei sein! Bis zum nächsten Mal! Und ciao, ciao! 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 Ciao!